So Leute, heute wird es ein bisschen windig, denn wir schauen uns, Terra Incognito, Antarktik, irgendwas. Titel ist so lang, ich habe mir nicht gemerkt. Ich war im Menü gewesen und die Sprecherstimme hat schon gesagt, da kann nicht viel passieren. Doch, wir klicken uns mal das Tutorial und schauen wenigstens mal rein. Ja, willkommen. Zwei Teams gibt's. Es hat also keine Physik, denn ich kann den Schlitten einfach hinter mir so in Kreise drehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Keine Physik. Die Grafik ist okay. Damit könnte ich echt leben. So was heißt. Back at base. 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 So, time to get going, at the point! Top of the world! Feeling Chipper? Aye, we go there, Spouse. Back in base. We probably don't talk about this because there is a temperature. It's good to know, the other one is half cold. Food, fuel and leather, okay. Nice and toaster! Top of the world! Oh. Let's take a look, see. We found no one, Spiney. Good luck. Let's take a look. Let's take a look. Let's take a look. Nein, aber hier wohl nicht. 2.25. Keine Leiter. Und ein Base-Kill. Und ein Barsch. Und ein Barsch. 4.30. 1.25. Ein Barsch. Du verstehst. Du kannst es nicht mehr so gut. Du kannst es nicht mehr so gut. Du kannst es nicht mehr so gut. Fünfzehn Pfund, eine Leiter. Na dann. Exploren wir noch ein bisschen. So eine Eis-Arctis-Head-Expedition ist bestimmt interessant. So ist das Spiel, aber unbesetzt. Da will man bestimmt auch länger Spaß tragen. So, wir haben beide Hände, legen wir schon eine Leiter drüber. Und keine Leiter. Ja. Eis-Packettisch. Needs ein Tee. Got to keep at it. Select the command button above the experience head. Okay. Aye, aye. Aye, aye. Aye, aye. Feelin' chapper? Feelin' chapper? A little chilly, old chap. So, Bascade. Maybe it's Bascade. Need to get to a tent. Affirmative. This is now damn unpleasant. Getting a little frosty. Yes, boss? Going to need some resupply. Okay. I'll take a little large talk. Getting a little frosty. A little chilly, old chap. Oh, yeah. Feeling it in my tools. A little chilly, old chap. I feelin' it in my tools. A little chilly, old chap. Showing the way. At the point. Roger. Now I've seen it. The one had just a cell. Good stuff. At the tent. At the tent. Got to keep at it. At the point. This is now damn unpleasant. Get a little frosty. At the point. Someone's not going to reload. I'll just check in the shop. If the spiegelbeule hexes is. Or if it's so ready. Chips. Ah. Am 19. März comes out. They have no more than a month. We have to play. English fine. Aye. We go there, spouse. Find this quite nice picket. Shovin' off. At the point. Reads the tent. A little chilly, old chap. A little frosty. Does it have some rainbows up? Okay. Aye. We go there, spouse. Shovin' off. A little chilly, old chap. So. This is a slow day. Market bass. man kann musikern ausmachen aber man kann jetzt wo die lautstärke regeln das ist auch schon nicht gut das kann man festlegen ja das war zumindest mal ein kleiner einblick zur terra incognito antarktika 1911 es ist wie es ist ihr habt es gesehen könnt es gern selbst ausprobieren wie gesagt am 19 märz kommt raus mein fall ist es nicht und empfehlen würde es auch nicht da gibt es bessere spiele auch wenn das thema an sich so nicht mehr aufgegriffen wird in anderen spielen bei tomb raider ist es auch kalt das kann man eher spielen in diesem sinne macht's gut bis bald